Unsere neue Bundesinnenministerin, Nancy Faeser. Dieses Video wollte ich eigentlich am 19.12. hochladen, allerdings kamen ein paar Sachen dazwischen und ich habe mich nun doch dazu entschieden, dieses Video zu machen, einfach weil ich dieses Thema zu wichtig finde, um es nicht anzusprechen. Am 19.12.2016, vor nun etwas mehr als fünf Jahren, sind am Breitscheidplatz 13 Menschen gestorben. Das 13. Opfer kam erst vor kurzem dazu. Am 5. Oktober diesen Jahres erlag ein Ersthelfer seinen schweren Kopfverletzungen. Bis heute ist immer noch nicht geklärt, wer der oder die Auftraggeber von Anis Amri war. Er war, wie so viele andere Täter, Polizei bekannt und trotzdem konnte es zu diesem Anschlag kommen. Hinzu kommt noch der völlig desolate Umgang mit den Hinterbliebenen der Opfer. Sehr empfehlenswert meiner Meinung nach ist der Brief, den die Hinterbliebenen verfasst haben, etwa ein Jahr nach dem Anschlag, ein offener Brief an Angela Merkel. Wenn man diesen Brief liest, kann man einen Bruchteil dessen nachempfinden, wie es den Angehörigen gehen muss, wie mit ihnen umgegangen wurde nach diesem tragischen Ereignis. Nun stellt sich Nancy Faeser bei ihrem Amtsantritt hin und sagt Folgendes. Einen künftigen Schwerpunkt. Ein besonderes Anliegen wird mir sein, die größte Bedrohung, die derzeit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat, den Rechtsextremismus zu bekämpfen. Die größte Bedrohung, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat, ist also ihrer Meinung nach der Rechtsextremismus. Ich werde niemals müde werden zu erwähnen, dass wir ein Terrorismusproblem in Deutschland haben. Angefangen, so wie Sie beim Rechtsextremismus, über den Linksextremismus bis hin zum islamistischen Terror. Ich könnte mich nun als neuer Bundesinnenminister hinstellen und sagen, im Laufe diesen Jahres hat sich die Anzahl der linksextremistischen Gefährder fast verdoppelt. In Zahlen ausgedrückt, von 6 auf 10 gestiegen. Im Vergleich dazu haben wir 75 rechtsextremistische Gefährder in Deutschland. Gefährder Menschen, von denen also unmittelbar eine Gefahr, eine Anschlagsgefahr ausgeht. 554 islamistische Gefährder. Die Zahl geht erfreulicherweise zurück, dennoch fast 8-mal so viel wie rechtsextremistische Gefährder. Ungefähr dasselbe Verhältnis haben wir zwischen links und rechts. Das 7,5-fache. Würde ich mich also nun hinstellen und sagen, das größte Problem, was wir in Deutschland haben, ist der Linksextremismus, der linksextremistische Terror, wäre das glatt gelogen. Mir würde man das vorwerfen, zu Recht vorwerfen, denn zwei andere Zahlen würde ich dabei konsequent ignorieren. Ignorieren, so wie es Nancy Faeser mit dem islamistischen Terror in Deutschland macht. Mich würde interessieren, wer von euch die größte rechtsextreme Gruppierung in Deutschland kennt. Ihr hörtet drei Versuche Zeit. Wir können noch kurz warten. Es handelt sich dabei, Trommelwirbel, um die Grauen Wölfe. Eine rechtsextreme nationalistische Gruppierung der Türken. 18.000 Mitglieder. Stand 2017 waren das mehr als sechsmal so viele Mitglieder, wie die NPD hat. Wer von euch denkt bei Rechtsextremen an nationalistische Türken? Ich tue es tatsächlich nicht. Würde ich mich mit diesen Themen nicht regelmäßig befassen, wüsste ich auch gar nichts von solchen immensen Zahlen. So wie der Großteil von euch da draußen. Aber ist diese Gruppe tatsächlich mit gemeint, wenn Nancy Faeser von Rechtsextremismus, von Rechtsextremen in Deutschland spricht, von rechtsextremistischem Terror? Ich glaube nicht. Möglicherweise nur eine Unterstellung. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich und auch der Großteil der Deutschen denkt bei klassischen Rechtsextremen an Skinheads, Springerstiefel und eine gewisse Romantisierung des Zweiten Weltkrieges. Das ist das klassische Bild von einem Rechtsextremen, was wir im Kopf haben. Möglicherweise zählt der ein oder andere noch ein paar AfD-Politiker dazu, ein paar Bundeswehrsoldaten, ein paar Polizisten, die diesen in den letzten Monaten eben nicht besonders leicht hatten. Ist das bewusst von ihr geschürte Falschinformation? Ich weiß es nicht. Ich möchte es ihr nicht unterstellen. Ich habe allerdings auch keine Antwort auf die Frage. Wer so ignorant und dreist Zahlen und Gefahren augenscheinlich ignoriert, da steckt entweder eine böse Absicht oder eben blinde Arroganz dahinter. Beides macht sie in meinen Augen für das Amt eines Innenministers völlig ungeeignet. Danke.